Hier steht die Welt, hier hast du geschickt, wenn du verlierst, du bist ganz neu, Schalke mein Sohn. Tag und Glück auf, Schalker Kumpel. Eigentlich war ich heute einigermaßen positiv. Im Grunde genommen weiß ich gar nicht, wo ich meinen Optimismus hernehme, aber ich habe mich tatsächlich auf das Spiel gefreut. Und eigentlich wollte ich ja auch heute mit dem Hannes einen Tipp abgeben. Aber selbst der Hannes hat heute abgewunken. Ja, ich habe euch die neuesten Meldungen, die ja jetzt nicht mehr neu sein werden, wenn ihr das Video seht, mal eingespielt. Die Schalker Spieler proben den Aufstand gegen den Trainer und fordern im Grunde genommen seine Absetzung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jeden Tag denke ich mir immer, es kann nicht schlimmer kommen. Aber ja, wir sind der FC Schalke 04 und es kommt schlimmer. Und ja, für heute habe ich überhaupt keine Hoffnung, ich habe überhaupt gar keine Hoffnung mehr, dass wir in der Liga verbleiben können, angesichts der jüngsten Meldung. Und ja, deswegen habe ich heute entschlossen, auch keinen Tipp mit dem Hannes abzugeben, weil selbst der hat gesagt, komm, geh mir weg, lass mich bloß in Ruhe mit dem Klub. Also ich glaube tatsächlich, dass wir heute verlieren werden und mein Tipp für den heutigen Tag ist ein fröhliches 3 zu 0 für den VfB, weil wir wie immer nicht in der Lage sein werden, überhaupt gefährlich in den Strafraum zu kommen. Wir haben das ja hinreichend in den verschiedenen Community Channels analysiert, wo es überall dran hakt. Ich glaube, es ist auch müßig, am heutigen Tag irgendwie über Aufstellungen zu sprechen, denn die Einstellung stimmt hinten und vorne nicht. Der ganze Verein ist wirklich ein Desaster, da kannst du einfach nur verzweifeln und weglaufen. Aber gut, wir sind nun mal eine Schalke-Fans, wir müssen da durch, wir sind leidensfähig. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Lüdenscheid und sonstige Vereine sind halt keine Option. Aber im Moment fällt es einfach nur schwer, hier wirklich frohen Mutes zu sein und den Verein bedingungslos zu supporten. Nichtsdestotrettes werde ich mir das Spiel natürlich angucken. Kesti streamt ja live, also Schalke-Update. Da kann man zumindest seinen Kummer teilen. Und ja, für die Leute, die Bock haben, können dann morgen, Quatsch, ja doch, morgen um 20 Uhr zu Kesti nochmal in die Spielanalyse kommen. Ich werde auch da sein, falls die Technik mitspielt und dann sehen wir uns morgen. Ja, also, vielleicht überrascht uns die Mannschaft ja doch irgendwie mit irgendwas und sie wollen jetzt gewinnen. Aber wenn man die Mechanismen des Fußballs so kennt, dann kann man davon ausgehen, dass die Mannschaft heute erst recht nicht den Anweisungen des Trainers folgt. Wenn er denn überhaupt welche gibt, ich weiß es nicht. Ich meine, ein Stück weit finde ich den Groß auch sehr merkwürdig, auch seine Auftritte sehr merkwürdig und seine Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich Spielernamen zu merken. Ja, gut, die haben wir ja hinlänglich auch schon erlebt. Massimo Schüpp und Erdogan ist auch eine Option, haben wir ja alles schon erlebt. Ja, wie dem auch sei, wünsche ich uns trotzdem ein gutes Spiel. Vielleicht, wie ich gerade schon sagte, ist die Mannschaft ja doch in der Lage, heute etwas zu reißen. Ja, ich höre mich selbst gerade sprechen und denke, was redet der Kerl eigentlich da? Also, wie gesagt, ich gehe vom mindestens 3-0 aus, wenn nicht schlimmer. Und hoffentlich straft mich die Mannschaft und der Verein Lügen, aber wir werden es ja sehen. Heute Abend sind wir ein Stück weit schlauer. Also, dann würde ich vorschlagen, macht das Beste draus, ich bin raus, haut da rein, euer Schalker Kumpel. Ciao.